Als Kolumbus von seiner Amerika-Fahrt nach Spanien heinkam, mit Gold und mit Bart und hochgeehrt und umjubelt schritt durch die Hauptstadt des Landes, ich glaube Madrid, entdeckte er plötzlich da drüben rechts eine hübsche Person, femininen Geschlechts. Bei ihrem Anblick, das war schon dabei, entschlüfft ihn was, und zwar das Wort Ei. Jetzt sind die Forscher sich darüber klar, dass dies das Ei des Kolumbus war. Vielen Dank.